Zum letzten Mal müsst ihr, vor der Pause zumindest, noch einmal richtig laut in die Hände klatschen, während dem jemand auf die Bühne kommt. Nämlich ein junger Herr aus Bern, auch zum ersten Mal in der Roten Fabrik. Klatsch auf die Bühne! Samuel Richner! Ja, merci. Ich bin nicht so Erfolgs- oder Notengelb, weil ich aus Bern komme. Und da sind wir so ein bisschen faul. Und ich dachte, wenn ich mal in Zürich bin, gibt es fast kein besseres Thema, als über Vorurteile zu reden, wenn man Berner ist. Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass egal, wo ich in der Schweiz hergehe, wir Berner sind so die kleinen, fetten, gemütlichen, wo es sich irgendwie ab nichts aufregen. Und ich habe die Barrikade mal so ein bisschen versucht zu durchbrechen. Weil weisst du, du, also kennst du das. Du bist so ein bisschen irgendwo, vielleicht sehr gemütlich auf der Münsterplattform, bei einem richtig nice Feierabendbierchen. Oder eben nicht. Einfach so gestresst im Tram, gestresst, weil der Chef wieder mal Lämpen hat gemacht und alles in allem hängt, da bügel ja einer die Wege zum Haus raus. Und dann schweift die Blick so ganz langsam ab von dieser kleinen Newstafel, die vor dem Tram hängt. Und sagt, dass die junge SVP mal wieder etwas mit dem Mohrenkopf gesagt hat. Sie auch nicht mal erweilt nachrichten. Und der schweift die Blick so ganz langsam weg von dieser geleckten, igelischen Frisur. Und so diesem leichte, debilen Grinsen vom Hessel kreisen dann über den Resten von diesen Leuten. Alle so ein bisschen zu scherbis, alle so ein bisschen grau, so Bernerisch so in sich gehört. Und dann, plötzlich, streift die Blick, so eine Person, das ist so die Person, die dann gleich wieder tiefig so zurückzuschauen, so um 180 Grad noch einmal drehen und sich einfach anzuschauen. Sie zieht dich in Bann, so wie ein gekühltes Bierlis an ein gekühltes Berner München oder an ein warmes Berner München, den von einem herzigen Berner Mut. Ein Grammysel hat dir so ein bisschen tief in die Knochen. Und du hast das Gefühl, dass der liebe Herr geht dir, der Mensch, geht so extra. Weisst du, geht so extra vor die Nase gesetzt hat. Und jetzt, gespannt wie ein Stratzeilchen hinter seinen Wochen vorguckt, weisst du, wo er abends seine Nachmittage drauf verbringt und auf deine Reaktion wartet. Wo du zum ersten Mal ein Auge auf die Person wirfst, wird dir gleich so augenblicklich klar, dass euch so ein bisschen mehr muss verbinden, so ein Muckensäckchen mehr als so die flüchtige Trambekanntschaft, wo du da oben hast. Weisst du, wo du so anderthalb Sekunden vom verstorbigen Boden aufschlugst, der Person kurz in die Augen schlugst und dann wieder runterschlugst. Dass da noch so ein bisschen mehr um den Weg ist, weil dein Herz ein bisschen pöppert, du flattern, du zudernst, du hast das Gefühl, dass es die EZ gerade muss kehren. Wo irgendetwas, so irgendetwas hat, diesen verdammten Giggel, einfach an sich. Weisst du, so mit seinem Ring, so diesem verdammten Ring, wo so einen übertriebenen Kämpfer drin hat. Du schaust ihm tief in seine Augen, aber früher, ja, früher auch einmal wach und tiefig hat er eingeschaut. Und dann weisst du es irgendwie, du spürst es ganz tief in dir. Es ist so ein Hass auf den ersten Blick. Es ist so ein bisschen wie im Film. Du schaust ihn an, er schaut so ein bisschen leicht peinlich berührt zurück und beide schauen dann so beschämt, so leicht lächelnd am Boden. Und denken sich nervös für eine gegenseitige Hunsniere oder andere Toxik. Du weisst, die Mama hat dir immer und immer und immer wieder gesagt, dass die Leute nie, wirklich gar nie, an ihrem Ässeren solltest du bewerten. Doch wie sollte man auch nicht? Bei so einem Typen, der auch um Arsch einnach das Gefühl hat. Er hat in die Weise gerade mit dem Löffel gefressen und konnte mit seinem monatlichen Lohn dort alles. Und wirklich alles und jeder kommt. Ein hoher Blöschler ist das, der auch noch nie in seinem Leben so richtig bügelt hat. Also so richtig. Weisst du, so auf dem Bau. Nicht so ein futzblöder Bürojob, wo sie sich dann mit 30, wegen einem Schnittchen am Papierrand sich vorzeitig lassen, pensionieren. Das kann dir jetzt wirklich niemand erzählen. Wirklich niemand. Dass der dort hin, für sein Geld, mal so wirklich bügelt hat, mal so wirklich etwas gemacht hat, hat sicher, weisst du, so unter der Hand vom Bär so ein bisschen Vitamin B bekommen und hat gar nicht mehr grosses etwas machen müssen. Und als du dich dann so fertig machst, um auszusteigen, hast du nämlich fast deine Haltstelle verpasst, weil du so hügerhässig bist. Und du dich noch einmal umdrehst und du denkst, was für ein durchgefiedelter Arschloch der Typ doch sei. schaust er plötzlich auf und lächelt dich so ganz offen an. Dieser Typ hat echt den Nerv. Oder bei all dem Hass, was so in dir aufgestallt ist, wo du natürlich nicht gewusst hast, weil du bist ja ein Bärner, du bist ja nett, aber bei all dem Hass, was so in dir aufgestallt ist, dich noch so fadenscheinig an zu grinsen. Du glaubst es fast nicht. Da steht der Typ auf, macht zwei Schritte auf dich zu und sagt, Hey Sammy, geht's gut? Du wirst dich ein bisschen angespannt, hast du schon lange nicht mehr gesehen. Und grinset dich so schelmisch an. Es steht dir alle Herrchen in den Berg und dir ist es irgendwie gar nicht recht, wo die Neue, außer Kornig, nehmen sie es. Die Neue, erzweig. Ist eben tatsächlich nicht ein solcher Freund. Der Typ ist nämlich der Cousin von dir, der Mutter, der beste Kollege in ihrem Göttich immer. Was? Du treppelst so ein bisschen von einem Bein auf das andere und wünschst dich insgeheim verdammt weit weg, so nach Zürich. Und stagelst ich etwas von wegen, schön, merci, ja, tschüss. Und steigst aus, wo es dran endlich den hat. Wo der Heilauf, so die paar Schritte, und dann drüber nachdrängst, dass dieser Typ ja eigentlich so irgendwie ein Muckensäckli zur Familie gehört. Aber wenn er jetzt der Cousin von dir, der beste Kollege in ihrem Göttich-Kind da nicht so mega nahe steigt, und der Brümel ist dann so ein bisschen ganz leise, dass es er auf keinen Fall gehört, herrn. Ja, mal, der Typ, er ist eigentlich noch ein Feiner. Merci. Aus Bern Samuel Richtner All right. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.